Fünfundsechzig war's in Berlin, da kriegt das Hansa Schiff seine Kapitän. Das ist der blonde Hans, der sagt, Schlager müssen's sein und kauft erstmal Raffi Deutscher ein. Mit Make the Art of Seppie and Think Big hat der Hans seinen ersten Hit. In Silencio schlägt Raff und Eilen und Marmolstein mit Eilen wird ein Busser sein. Der Hans, der Kanz, das spricht so schnell rum und Farian sagt sich, ich bin ja nicht dumm. Ich mach's für ihn in Rocky und dann mach ich Boney M und aus Milly war Milly die Schokopräs. Das ist der blonde Hans vom Hunter Schiff, sweet, wild, sexy, aber immer noch frisch. Das ist der blonde Hans aus der Hit-Fabrik und seine Mannschaft wünscht ihm Glück. Das ist der blonde Hans auf dem Blatt im Thron, der Chef aus seiner Macht ist das Telefon. Das ist der blonde Hans, toi, 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 halt die Ohren steif, ahoy! Da denkt man doch, Champagner fließt ins Ström, doch Hans denkt sich, er ist gar nicht dran gewöhnen. Jetzt setz ich erst mal den Rotstift an, weil auch nur Nummer 1 ganz schön teuer sein kann. Es müssen Gimmicks her, man muss auf den Stecken, nur Knappe vom Vertrieb muss ich mir rüberwinken. Der glaubt mir nicht, dass eine Platte auf Verschreck die billigste Währung ist, die es gibt. Hans glaubt fest an Pop-up so Tops, doch der Dieter macht erst mal jahrelang Flops. Dann tut er den Dieter mit Thomas zusammen, vielleicht werden die ja die Scharzen flammen. Und dann torten die sich auf 5 mal Nummer 1 und der deutsche Clive Davis brinzt sich eins. Viele kann man nennen Roland, Frank und Gärtchen, die Wernig-Manorilla, all die Schlagerpferdchen. Das ist der blonde Hans von Hunter Schiff, das sieht den Sissi aber immer noch frisch. Das ist der blonde Hans aus der Infobriege und seine Mannschaft wünscht ihm Glück. Das ist der blonde Hans auf dem Blatt im Thron, das ist der blonde Hans, das ist das Telefon. Das ist der blonde Hans, toi, 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 halt die Ohren steif, ahoy! Nie wieder werden wir so... Zum Lachen kriegt ihr mich heute nicht. Schlüssel aus dem Lachen. Jetzt sollen die Jungen mal reinigert Arbeit delegieren und nicht mehr so viel auf die Zettel schmieren. Und dann fahr ich in Colorado Ski und alle anderen denken, das macht er nie. Der ist mit 60 zwar weise, aber immer noch nicht leise. Auch Monti und Albert machen immer noch mit. Hey Jungs und Mädels, bringen wir den nächsten Hit. Bring mir den nächsten Hit. Das ist der blonde Hans vom Hunter Schiff, das sieht den Sissi aber immer noch frisch. Das ist der blonde Hans aus der Infobriege und seine Mannschaft wünscht ihm Glück. Das ist der blonde Hans auf dem Blatt im Thron, das ist der blonde Hans, das ist das Telefon. Das ist der blonde Hans, toi, 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 halt die Ohren steif, ahoy! Das ist der blonde Hans vom Hunter Schiff. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017